Nach dem Erfolg von »Abenteuer in den Ruinen«, liefern sie dem Kaiser mehrere empfindliche und notwendige Ausrüstungsgegenstände für die erfolgreiche Führung des Imperiums. Zur Ausrüstung gehören sieben Luftschiffe, ein extra großer Zauberstein, ein Drachen-Golem, ein Golgatha-Golem, ein Soldaten-Golem sowie Mitril und Metall, aus denen sie bestehen. Sie alle sind künstliche Intelligenz, die für die Führung eines Landes notwendig ist, und eine magische Sammlungstafel, die das Ergebnis der Forschungsdokumente des Grafen Eichelberg ist. All dies wird von der Krone übernommen, während der magische Kreis der Macht-Teleportation, der Magie absorbiert, von der Gilde übernommen wird. Der König hat angeordnet, dass das gesamte Team für seine Arbeit reichlich belohnt werden soll, und er hat ihre Belohnung enorm erhöht, was Well sehr schockiert. Der König kündigt an, dass jeder von ihnen zwei Millionen Goldmünzen erhalten wird, und das sind zehn Millionen für alle fünf. Well ist schockiert über das Geschenk und weiß nicht, wofür er das Geld braucht. Die Belohnung ist so hoch, dass die Krone die Zahlung für die Belohnung etwa 20 Jahre lang teilen muss, bevor sie sie vollständig auszahlt. Nach diesem Treffen treffen Well und sein Team Armstrong. Sie teilen ihm mit, dass sie das Kapitol verlassen und sich endgültig nach Breitberg begeben. Er besteht darauf, dass er seine Entscheidung gründlich überlegt hat und dass er auch Zeit damit verbracht hat, sein Team nach ihrer Entscheidung zu fragen, sodass er sicher ist, dass die Entscheidung dauerhaft ist. Er erzählt Armstrong, dass er sich in der Hauptstadt nicht mehr wohlfühlt und meint, er solle dorthin gehen, wo es nicht viel Aufmerksamkeit gibt und es normale Menschen sind. Armstrong zeigt seine Trauer über diese Entscheidung. Er sagt ihnen jedoch, dass er zwar traurig sei, die Traurigkeit aber notwendig sei und es für Menschen normal sei, zu wachsen und weiterzumachen. Um sich zu beherrschen, sagt er, er werde die Gelegenheit nutzen, um herauszufinden, wer das Gerücht über seinen Tod im Land verbreitet. Well ist darüber schockiert und hat die Nachricht, dass jemand das Gerücht über seinen Tod verbreitet, noch nicht gehört. Er fragt Armstrong weiter, wer es ist, aber Armstrong sagt ihm, dass sie es nicht wissen. Aber das Gerücht ist so tief verwurzelt, dass manche Leute ohnmächtig werden, wenn sie erfahren, dass er lebt. Er fragt sich, warum jemand ihn so sehr hasst, dass er in Ohnmacht fällt, wenn er hört, dass er lebt. Seine Freunde sagen, dass ihre große Stärke ein Grund zum Hass sei, und sie wurden auch ausgebucht, weil sie Welsfreunde waren. Sie sagen ihm, dass die Belohnung, die sie erhalten werden, ein weiterer Grund dafür ist, dass sie noch mehr gehasst werden. Lena bemerkt, dass es im Abenteuerhandbuch eine Regel gibt, die besagt, wie solche Belohnungen geteilt werden können, und ihrer Meinung nach würde sie sich gerne an die Regel halten. Die anderen akzeptieren ihre Entscheidung und sagen, dass sie gemäß der Regel dem Parteiführer alle Belohnungen geben können. Sie erkennen an, dass sie von Well gut bezahlt werden und das Geld nicht benötigen. Sie beschließen, Well ihren Anteil zu geben, und Elise sagt, dass gemäß dem Heiratsbrauch ihr gesamter Besitz Well gehört, also ist es ihr Recht, Well auch zu geben. Well will das Geld jedoch nicht so sehr, da er glaubt, dass es den Hass verstärken wird. Unterdessen befindet sich der Chefrevisor Ruckner, der tatsächlich das Gerücht verbreitet hat, Well sei tot, in einem verdeckten Treffen mit seinem Team. Er fragt sich, wie Well den Ruinen entkommen konnte, und seine Kollegen fragen ihn, was sie tun werden, nachdem Well überlebt hat. Er erzählt ihnen, dass, obwohl seine Pläne anders waren, die Tatsache, dass Well überlebt hat und die Zahl der Menschen, die er gesehen hat, die froh darüber waren, dass Well tot ist, eigentlich ein gutes Ergebnis ist. Er besteht darauf, dass alle Menschen wollen, dass Well tot ist, sodass es für ihn ein leichtes sein wird, Well durch ein Attentat zu töten. Er perfektioniert seinen Plan und sie machen weiter. Zu Hause essen Well und seine Gruppe, und eine junge Dame mit rosa Haaren verfolgt sie an ihrem Fenster. Als Well einen Stalker bemerkt, versucht er, das Fenster zu überprüfen, kann aber niemanden finden. Dies bringt seine Freunde dazu, ihm mitzuteilen, dass sie es verdient hätten, jemanden in die Hauptstadt zu schicken, um das Haus in Sicherheit zu bringen, da sie die Hauptstadt verlassen. Und da sie nun wissen, dass er ins Visier genommen wird, müssen sie jemanden finden, der ihnen treu bleibt. Lena schlägt vor, dass sie den Sperrjungen einsetzen, der ebenfalls darum gebettelt hat, mit Well zusammenzuarbeiten. Obwohl Well sich fragt, ob der Sperrjunge Roderick die Zusammenarbeit mit ihm akzeptieren wird, wenn man bedenkt, dass er Roderick etwa drei Jahre lang abgelehnt hatte, geben sie alle zu, dass Roderick am besten zu ihnen passt. Sie machen sich auf die Suche nach Roderick und hoffen, dass er ihren Vorschlag annimmt. Als Well Roderick sagt, dass er ihn braucht, um mit ihm zusammenzuarbeiten, bricht Roderick in Tränen aus. Er sagt ihnen, dass er auf eine solche Gelegenheit gewartet hat und dass er dafür sorgen wird, dass es ihm gut geht. Sie laden ihn nach Hause ein und er beginnt, in dieser Villa zu leben. Während eines ihrer Frühstücke kommt dieses junge Mädchen erneut auf sie zu. Diesmal macht sie deutlich, dass sie merken, dass sie gestockt werden. Roderick wird sofort defensiv. Er senkt Welles Kopf und geht dann nachsehen. Er findet heraus, dass niemand da ist. Er kehrt zurück und verspricht, dass er überleben wird. Finden sie schnell heraus, wer der Stocker ist, und er wird auch herausfinden, wer das Gerücht über seinen Tod verbreitet hat. Welle bittet ihn, sich keine Sorgen zu machen und erzählt ihm, dass sogar der König versucht hat herauszufinden, wer das Gerücht ins Leben gerufen hat, aber es war unmöglich, es herauszufinden. Aber Roderick besteht darauf, dass er die Person herausfinden wird. Später gehen Welle und seine Gruppe zur Zaubergilde. Sie werden darüber informiert, dass die Gilde eine alte magische Zivilisation als Motiv verwendet, und sie treffen den Chefforscher Lukas Getzbeckenbauer, der Well willkommen heißt und Welle für alles schätzt, was er für sie getan hat. Welle informiert Lukas, dass er dort ist, weil er gehört hat, dass sie einen magischen Kreis haben, der das zum Vorschein bringen kann, was sich eine Person vorstellt, und dass sie den Kreis nutzen wollen. Lukas erzählt ihnen, dass es sich um einen Prototyp handelt und dass er nicht weiß, ob er funktionieren wird, aber er basiert auf der großen Vorstellungskraft des Benutzers. Welle willigt ein, es auszuprobieren. Aber bevor er vor Gericht geht, spricht Irwin davon, den Kreis zu nutzen, um ein Höschen zu bekommen. Als Welle es versucht, stellt er sich eines der Damenhöschen vor und bekommt es. Die Dame geht ihm eine Ohrfeige und holt ihr Höschen ein. Er sagt, es sei nicht seine Schuld und er sei nicht pervers. Aber es sind Irwins Worte, die ihm in den Sinn kamen. Er macht seinen zweiten Versuch und sie bekommen, was sie wollen. Sie leihen sich den magischen Kreis und nehmen ihn mit. Unterwegs verfolgt sie dieses rosahaarige Mädchen, bis sie sich teleportieren. Welle organisiert eine Abschiedspartie mit all seinen Gratulanten im Kapitol. Er bringt Herzog Black Crowder mit, den Herzog der Stadt, in die er geht, damit er auch mit ihm feiern kann. Während der Party bringt er ein Tablet mit Essen mit und erzählt den Gästen, dass er sich einen magischen Kreis ausleihen musste, um Thunfisch für sie zuzubereiten, und dass er außerdem eine Sojasauce hergestellt hat, mit der man den Thunfisch perfekt essen kann. Armstrong probiert zuerst den Thunfisch und er schmeckt ihm wirklich gut. Die anderen folgen ihrem Beispiel, und das Mädchen mit den rosa Haaren bleibt draußen und läuft während des Essens in den Speichelfluss. Roderick kehrt nach seiner Ermittlungsarbeit zurück. Er erzählt Welle, dass er herausgefunden hat, wer das Gerücht ins Leben gerufen hat, und dass es der Chefprüfer Ruckner ist. Der Name Ruckner kommt Welle bekannt vor. Und er schaut in seine Gäste und sieht den Oberkommissar Ruckner. Roderick erzählt ihm, dass der Hauptrevisor der Bruder des Hauptkommissars ist und sein Hauptziel darin besteht, den Tod von Welle gegen seinen Bruder auszunutzen. Ruckner schickte auch einen Brief an Kurt im Dorf, damit Kurt seine Kinder darauf vorbereiten kann, Welles Titel zu erben. Dann fühlt sich Kurt ihm verpflichtet und kann diese Gelegenheit nutzen, um den älteren Bruder seines Amtes zu entledigen. Er fragt sich, wie ein Mensch so böse sein kann und sagt, er wisse es nicht. Brüder schaden einander. Er lobt Roderick für seine gute Arbeit und fragt, wie Roderick davon erfahren hat. Roderick sagt ihm, dass er seinen Verdacht hat, da er weiß, dass Ruckner kein guter Mensch ist. Er erzählt Welle, dass Ruckner sein Vater ist, obwohl er ihn nie öffentlich als Sohn anerkannt hat, da seine Mutter aus einer Kaufmannsfamilie stammt und nicht adlig ist. Roderick sagt, er habe eine Gegenmaßnahme ergriffen und Ruckner werde so etwas nicht noch einmal tun. Es stellt sich heraus, dass Roderick auch damit begonnen hat, ein weiteres Gerücht zu verbreiten, dass Ruckner Welles Ermordung geplant habe. Dieses Gerücht erreicht den König und er ruft sofort nach Ruckner. Roderick sagt, dass gegen Ruckner ermittelt und freigelassen wird. Aber das wird seine Nerven für eine Weile beruhigen. Das Mädchen außerhalb des Gebäudes bricht plötzlich die Tür auf und tritt ein. Als Irwin versucht, sie aufzuhalten, entführt sie ihn und wirft ihn ab. Und sie geht zum Thunfisch und isst ihn. Ihr Vater, Lord Marshal Edgar, kommt herein und stellt sie als Wilma Ethol von Eskehen vor und erzählt ihnen, dass sie Essen liebt. Brandetak beteiligt sich am Gespräch. Er erzählt ihnen, dass Wilma das Heldensyndrom hat. Ihr Körper erzeugt eine große Menge an Magie und nutzt ihre Muskeln, sodass sie schnell hungrig wird. Sie sagt, dass sie Wilma gestockt hat, also kann sie sicher sein, dass Wilma sie gut ernähren kann, und Wilma besteht den Test. Ihr Vater bittet Wilma, sie als Wächterin oder Ehefrau aufzunehmen. Aber er behauptet, dass er ein normaler Abenteurer werden würde. Also brauche er keine Wächterin. Edgar erzählt ihm, dass der Herzog ihn auf ein Monsterabenteuer schicken will, und auch der Herzog bestätigt dies. Währenddessen liest Kurz' Frau den Brief vor, in dem Kurt sich darauf vorbereiten soll, dass seine Kinder Wels Geld erben. Kurt Bausers Kopf lacht vor großer Freude. Aber zur Überraschung seiner Frau sieht sie Wil und seine Gruppe an ihrem Fenster. Sie kommen in seine Stadt und treffen seine Familie. Sie treffen seinen Vater, den Herzog, und versuchen mit seinem Bruder Kurt zu reden, dass sie auf eine Mission zum Encounter Forest geschickt werden, dem gleichen Wald, in dem Alfred starb. So können sie die Seelen der Verstorbenen reinigen, damit sie friedlich sterben können. Kurt, der aufgrund von Wels großartigen Taten einen großen Hass auf Well entwickelt hat, sagt ihnen, dass er sie nicht in die Stadt lassen wird. Er besteht darauf, dass sie niemanden brauchen, der ihnen hilft, die Seelen ihrer Toten zu reinigen, und sie haben Beerdigungen durchgeführt. Also geht es ihnen gut. Nun und Brandetak versuchen, Kurt zu überzeugen, selbst sein direkter jüngerer Bruder Hermann weist darauf hin, dass er zu hart rede. Dass ich die Veranstaltung wird vom Dorfforsch der Kloß gut besucht. Kurt fragt Kloß, welchen Standardprozentsatz das Dorf in Situationen solcher Abenteurer akzeptieren würde, und Kloß sagt ihm trotzdem, dass es 30 Prozent seien. Er besteht darauf, dass er 50 von Well will. Hermann fragt Well, ob sie die Rüstungen und das Eigentum der in der Schlacht gefallenen Soldaten zurückbringen werden, und Well antwortet bejahend. Das freut Hermann und er bittet Kurt, seine Härte gegenüber Well zu reduzieren. Kurt sagt, dass sie die Rüstungen der toten Soldaten nicht brauchen, weil ihr Dorf arm ist und jeder Soldat, der in die Schlacht gezogen ist, nichts hat. Elise sagt, dass sie ihnen bei der Beerdigung der verlorenen Soldaten helfen wird, aber Hermann besteht darauf, dass die Soldaten zu diesem Zeitpunkt begraben sind. Erwin konnte die Art und Weise, wie Kurt redete, nicht ertragen. Er schreit Kurt an, was Kurt dazu bringt, Well zu sagen, dass seine Anhänger unhöflich sind. Luise mischt sich ein, sie sagt Kurt, dass Well vielleicht sein jüngerer Bruder ist, Well aber immer noch eine höhere Position als er hat, also sollte er Well respektieren. Wilmers Magen knurrt, weil sie hungrig ist, und das sorgt für die Ablenkung, die sie brauchen. Sie sagen Kurt, dass sie etwas essen müssen. Sie gehen essen, während Kurt zu den Dorfbewohnern spricht. Die Dorfbewohner fragen Kurt, ob Well wirklich in ihrem Dorf ist, und Kurt antwortet, dass Well sie nicht als Mitglied ihrer Familie besucht hat. Vielmehr ist er als Abenteurer dort und wird bald abreisen. Während des Abendessens fragt sich Well, warum sich sein Bruder so sehr verändert hat, und Hermann erzählt ihm, dass Kurt, nachdem er berühmt geworden war, eifersüchtig auf ihn geworden sei und gespürt habe, dass Well eines Tages kommen und um das Königreich bitten würde. Deshalb verhält er sich hart. Nun, und da er das auf keinen Fall tun wird und er nicht einmal daran interessiert ist, ein Königreich zu führen, erzählt ihnen Hermanns Frau Marlene, dass ihr Großvater zu den Soldaten gehörte, die an dieser Schlacht teilnahmen. Und dass sie bitte das Eigentum ihres Großvaters zurückbringen sollten. Während des Abendessens geben sie Brandetak Alkohol, und schockierenderweise weigert sich Brandetak, der harte Getränke liebt, diesen zu trinken. Am nächsten Tag begeben sie sich auf ein Abenteuer. Als sie im Wald ankommen, bereiten sie sich darauf vor, die Untoten herbeizurufen. Der beste Weg, einen Untoten herauszufordern, besteht darin, ihn zu beleidigen. Deshalb sagen sie abwechselnd schlechte Dinge über die Soldaten und sagen, dass sie schwach seien und nichts hätten. Alle Untoten kommen heraus und Elise und Well reinigen sie. Plötzlich kommt ein Monster heraus, das eigentlich zu den Untoten gehört. Er greift Irwin an, aber Wilma wehrt ihn im Alleingang ab. Wilma geht davon aus, dass es sich um einen Wyvern handelt und dass er Teil der Bestien war, die die Soldaten getötet haben. Wilma besiegt es, die anderen Tiere kommen heraus und treffen schließlich Mal Ennes Großvater. Sie erzählen ihm, dass Marlene jetzt in einem guten Zuhause verheiratet ist und dass es ihr gut geht. Er fordert sie auf, sich um sie zu kümmern, bevor er ihnen erlaubt, ihn zu reinigen. Sie kehren mit der Rüstung und dem Eigentum aller toten Soldaten ins Dorf zurück. Die Dorfbewohner sind zweifelsohne glücklich und kommen alle nach Well, um ihn zu schätzen. Kurt kommt heraus und bittet die Familien, die Rüstungen und Schwerter herauszugeben, und behauptet, dass sie sie dem Schmied geben würden, um Medaillen anzufertigen und einen weiteren Satz Waffen herzustellen. Die Dorfbewohner flehen ihn an und sagen ihm, dass das alles ist, was sie von ihren Lieben haben, aber als er sich weigert, seine Worte zu ändern, unterbricht Well ihn. Er fragt Kurt, ob es die Medaille ist, die er möchte, dann gibt er Kurt einen großen Metallklumpen und bittet ihn, den Familienangehörigen ihr Eigentum zu überlassen. Well bereitet sich darauf vor, die Stadt zu verlassen, doch der Herzog teilt ihm mit, dass er bleiben solle, bis alle Familienmitglieder in der Lage seien, die Waffen ihrer Lieben zu identifizieren. Widerwillig und auf Brandtagsrat hin bleibt er zurück. Er besucht Kloß, der fragt, ob er am nächsten Tag an der Trauerfeier teilnehmen möchte. An einem Beerdigungsstark hilft Elise ihnen, ihre Lieben zu verabschieden, und alle feiern. Kurt weigert sich jedoch, am Gottesdienst teilzunehmen. Seine Frau Amelia kommt mit seinen beiden Kindern. Well begrüßt Amelia und entschuldigt sich bei ihr, weil er nicht gekommen ist, um sie ordnungsgemäß zu begrüßen. Sie sagt ihm, dass sie weiß, dass er beschäftigt ist, seine Neffen freuen sich, ihn zu sehen. Sie fragen ihn, wie er den Drachen besiegt hat, und er lässt seine Freunde ein Drama für die Kinder aufführen. Nachdem sie das Drama gesehen haben, bitten die Kinder um Süßigkeiten und er bringt ihnen eine Misuami-Süßigkeit heraus. Als er weggeht, trifft er auf Kloß. Kloß sagt ihm, dass er möchte, dass er anstelle von Kurt das Oberhaupt ihres Königreichs wird, und sagt, er sei sicher, dass alle Dorfbewohner dasselbe wollen und dass auch der König dasselbe wolle. Brandetak kommt. Er sagt, er sei schockiert, dass Kloß so schlau sei. Dann erzählt er Well, dass der Hauptgrund, warum er in die Stadt geschickt wurde, darin besteht, dass der König möchte, dass er der Anführer wird. Brandetak ruft ihn beiseite und versucht ihm die Sache zu erklären. Er zeigt ihm die Karte ihres Königreichs und zeigt ihm einige unerschlossene Gebiete auf der Karte. Er sagt ihm, dass der König diese Gebiete erschließen möchte und dass er die Ressourcen nicht aufgeben will, um die Situation noch schlimmer zu machen. Der Herr ihres Königreichs hat das nicht da verfügt über Ressourcen, um die Stadt zu finanzieren und zu entwickeln, und der neue Lord Kurt ist der schlechteste Vergleich, weil Kurt egoistisch und korrupt ist, was die Entwicklung für den König schwieriger machen wird. Doch im direkten Vergleich zu Kurt ist es gut. Er ist wohlhabend und mitfühlend, und so glaubt der König, wenn er Well in die Stadt schickt, werden die Leute in kürzester Zeit darum bitten, dass Well ihr Oberhaupt wird. Und das wird Kurt wütend machen. Also wird er eine falsche Entscheidung treffen und versuchen, Well zu töten, damit sie Kurt verbannen und dann seinen Vater zwingen können, wegen der schlechten Taten seines Sohnes in den Ruhestand zu gehen. Dann können sie sich wie der Herr durchsetzen, und zusammen mit seinem Plan sind die Untoten dabei. Der König erkennt also, dass es eine große Chance ist, wenn sie Well schicken. Well erkennt, dass er geschickt wurde, um seinen Bruder zum Handeln zu verspotten. Er sagt ihnen, dass er kein Interesse an dem Land habe und dass er sicher nicht das Oberhaupt werden wolle. Dann wird er wütend, weil er nicht über alles informiert wurde, was geplant war. Er fragt Brandetak, ob die Belohnungen, die er erhalten habe, nur dazu dienten, sicherzustellen, dass er reich genug sei, um die Stadt zu entwickeln. Doch Brandetak antwortet, dass er es nicht wisse. Währenddessen untersucht Kurt sein scharfes Messer und überlegt, wie er Well am besten töten kann. Well fragt Brandetak, was passiert, wenn er bei diesem Machtkampf stirbt. Alle außer Brandetak sagen, dass er das nicht zulassen wird und deshalb den Alkohol verweigert. So kann er ihn zu Hause beschützen. Well informiert seine Gruppe über den Plan des Königs. Er scheint darüber unzufrieden zu sein und sie fragen sich, warum es ihm so schlecht geht. Sie erinnern ihn daran, dass er immer noch ein Abenteurer sein darf. Warum fühlt er sich dann so schlecht? Er fragt, was mit seinen Neffen passieren wird, wenn er der Herr wird, und ihm wird gesagt, dass seine Neffen die Autorität als Adlige verlieren werden. Er bekommt Besuch von Amalie, die seine Neffen mitbringt. Als seine Parteimitglieder sehen, wie nett er zu den Jungs ist, erkennen sie, dass Welts Zögerlichkeit darin besteht, dass er nicht möchte, dass die Kinder vom Thron verbannt werden. Krast verfolgt Well weiter und sieht Amalie in dieser Nacht mit Well. Well fühlt sich bei Hermann und seiner Gruppe zu Hause. Sie erfahren, dass einige der Dorfbewohner kommen, um dem Herrn zu begegnen, damit sie protestieren können, dass sie wollen, dass Well der Herr ist. Nun, und Hermann teleportiert sich, um sie zu treffen. Unterwegs bitten sie ihn, der Herr zu werden, aber Hermann sagt ihnen, dass Kurt das niemals zulassen wird. Während sie reden, sieht Brandetak, wie Krast sie verfolgt. Er trifft Krast und warnt ihn, dass der König es nicht mag, wenn Leute ihn hintergehen. Bevor sie gehen, warnt Krast sie, sich vor Amalie in Acht zu nehmen. Als er nach Hause zurückkehrt, fragt Well, was mit seinen Brüdern passieren wird, wenn er der Lord wird, und Brandetak sagt ihm, dass die Adligen Kurt töten müssen. Er möchte nicht, dass sein Bruder stirbt, also beschließt er, Kurt zu überzeugen. Er besucht Kurt und fragt ihn, ob Kurt ihm die unbebauten Ländereien geben solle, wenn er das Oberhaupt werde, damit er sie erschließen und dem König geben könne. Doch Kurt beschimpft ihn als Dieb und bittet ihn, sofort zu gehen. Als er geht, trifft er sich mit Amalie, die gesteht, dass sie versucht, die Kinder näher an ihn heranzubringen, damit sie nicht auch sterben, wenn ihr Vater fällt. Sie sagt ihm, er solle in dieser Angelegenheit Weisheit anwenden. Zu Hause bereiten Well und seine Parteimitglieder Mahlzeiten zu. Während des Essens sagt er ihnen, dass er bereit sei, der Herr zu sein, und dass sie ihm helfen sollten. Sie bringen Munition aus der Hauptstadt und beginnen mit dem Verkauf, wodurch Kurz Freunden der Gewinn entzogen wird. Die Freunde gehen zu Kurt, um sich zu melden, und auf dem Rückweg kommt Well auf sie zu. Er bietet an, für ihre Waffenherstellungsausbildung im Kapitol zu bezahlen, und alle nehmen das Angebot an. Er möchte alle Freunde von Kurt entfernen, damit Kurt allein ist, und dann geht er zum Kapitol und mietet eine Unterkunft, in der Kurzfamilie friedlich bleiben kann. Als Kurt entfernt wird, geht er in eine Kirche, wo Kurt am Leben bleiben kann. Wenn er in der Kirche ist, können die Adligen ihn nicht töten. Ruckner gibt einem Diener eine Drachenflöte und bittet ihn, sie Kurt zu geben. Als Kurt unterdessen erfährt, dass Well seine Freunde mitgenommen hat, geht er in den Wald, um sein Messer zu schärfen. Doch er trifft Ruckners Diener, der ihm die Flöte anbietet und sagt, sie sei das Einzige, was Well töten könne. Kurt fragt den Diener, für wen er arbeitet und warum die Person ihn bevorzugen möchte. Er sagt, es sei Ruckner, und der Grund dafür ist, dass Ruckner ein schlechtes Gewissen hat, weil er ihm falsche Informationen über Wells Tod gegeben hat. Also plant er, es wieder gut zu machen. Kurt nimmt freudig die Flöte und hofft, dass sie ihm dabei hilft, seinen Bruder zu besiegen. In der Zwischenzeit sind Well und seine Gruppe froh, dass sie sich in der letzten Phase der Verspottung von Kurt befinden. Sie wissen nicht, dass Kurt einen Masterplan für sie hat. Er kommt mit einer Flöte zu ihnen, und als Brandetak sie sieht, erkennt er sie. Es sagt ihnen, dass die Flöte Drachen zu sich rufen wird und diese zu groß sein werden, als dass selbst Wellsmagie sie nicht zerstören könnte. Nicht nur sie werden sterben, sondern auch jede andere Person im Dorf wird sterben. Während er versucht, Kurt davon zu überzeugen, nicht die Flöte zu blasen, erinnert er Kurt daran, wenn Kurt die Flöte bläst, sogar seine Kinder und seine Frau werden sterben. Aber er sagt, dass es ihm gut geht. Er sagt, es sei die Folge davon, dass sie ihn verlassen, und sie könnten sterben, egal, was ihn interessiert. Er sagt, dass er alle Besitztümer von Well übernehmen wird, dann wird er reich und findet eine neue Frau. Als er anfängt, die Trompete zu blasen, kommen einige Geister um ihn herum. Brandetak geht davon aus, dass die Flöte, die er bei sich trägt, die Flöte der Bosheit ist, die alle Bosheit um sich herum zusammenruft und die Person, die sie bläst, zum Untoten wird. Sie erkennen, dass Kurt getäuscht und ausgenutzt wurde. Kurt wird Untot und Elise und Well versuchen, seine Seele zu reinigen. Der verbleibende Teil von ihm macht sich auf die Suche nach Ruckner und greift Ruckner an, weil er ihn betrogen hat. Am nächsten Tag erfährt Well von Roderick, dass Ruckner und seine Berater tot sind, doch in der Hauptstadt kursieren Gerüchte, dass Kurt der Täter sei. Es gibt also keine Möglichkeit, dass Amalie und ihre Familie in dieser Stadt bleiben, bevor sie nicht mehr leben können. Well trifft sich mit Armstrong und Brandetak und erzählt ihnen, wie unbequem Amalie lebt und dass niemand etwas mit ihnen zu tun haben möchte. Er redet schlecht gegen die Adligen, und Brandetak muss ihn daran erinnern, dass er auch ein Adliger ist und er sich vor dem Reden im Spiegel betrachten sollte. Später trifft er sich mit dem König und alle Mitglieder des Palastgerichts nehmen an der Sitzung teil. Der König schenkt ihm unbebautes Land, sodass er der Einzige ist, der seine Magie und Kräfte nutzen kann, um das Land zu erschließen. Er sagt ihm, dass er ihm für die große Verantwortung, die er ihm übertrage, auch die Möglichkeit gebe, eine Bitte zu äußern. Er teilt dem König mit, dass er möchte, dass der König ihm das Recht einräumt, zwei Adelsämter zu verleihen. Das Gericht beginnt zu protestieren, darunter sein Schwiegervater und Lord Counselor Ruckner, die seine Unterstützer sind. Sie bestehen darauf, dass seine Bitte ungeheuerlich und eine Unverschämtheit gegenüber dem König sei. Daraufhin sagt einer der Hasser, der König solle die Hälfte des unbebauten Landes von ihm einsammeln. Aber der Herzog mischt sich ein und sagt, es sei einmal vorgekommen, dass der König das Recht verliehen habe, den Adel zu verleihen. Armstrong sagt dem König, dass es Well an Adel mangele und ihm ein Teil des Landes gegeben werden sollte. Der König mischt sich ein und gibt Well das Recht, zwei Adelstitel zu verleihen. Dann befördert er ihn zum Grafen, wodurch ihm der Titel eines Viscount entfällt. Nach dem Treffen spricht der König mit Armstrong und sagt, er wisse, dass sie alle vorhatten, ihn zur Annahme zu bewegen, und alle Geräusche von Ruckner und dem Priester sollen ihn zur Annahme bewegen. Well geht zu Amalie und sagt ihr, dass er ihren Kindern, wenn sie alt werden, das Recht geben wird, den ihm verliehenen Adel zu verleihen.